Hi, Servus. Ab heute alle unsere Taschen mit Klick-Clack-System. Softbags, Ledertaschen oder Hartkoffer, alles mit dem Klick-Clack-System. Wir machen ein spezieller Rahmen- und Montagesystem für alle Motorräder, für BMW, Indian, Harley. Und dann können Sie einfach so kommen hier. Und dann von innen können Sie mit Schluss abschließen. Dann ist das blockiert. Dann können Sie das Griff nicht öffnen. Und dann können Sie ganz schnell so montieren und remontieren. Das gleiche machen Sie mit der Ledertasche. Und von innen auch. Hier können Sie abschließen. Und die Roller hat auch unsere All-Soft-Taschen. Die können Sie so montieren. Sie können sich hier an dem Gepäckträger einfach etwas schieben und ist abgeschlossen. Von innen können Sie auch mit dem Schloss abschließen. Die gleichen Taschen können Sie theoretisch auch an die Seite montieren. Und auch von innen abschließen. Und ein einfaches System, abschließbar jetzt bei allen AGM-Taschen. Abonnieren Sie unseren Kanal, dann erfahren Sie mehr über unsere Taschen und über unsere Taschen. Oder neue Montagesysteme. Danke.